Hallo Guia Community, ich habe über die letzten Monate immer wieder gelesen, ob nur in E-Mails oder in Kommentaren, dass Kunden das Powder extrem genial finden und nicht verstehen, tatsächlich warum ich das nicht mehr in den Vordergrund stelle, also mehr promote. Und ich dachte mir, nun ja, diese Kunden haben vollkommen recht, das Guiaisa Powder ist ziemlich genial und deshalb möchte ich heute einfach mal die Besonderheiten und auch die Unterschiede zu dem Guiaisa Tee ein bisschen in den Vordergrund stellen. Untersuchen, Beschreiben. Also fangen wir an. Nummer 1, das Guiaisa Powder und damit ihr wisst, wovon ich hier wirklich rede, also gehen wir mal in den Shop. Ach, ihr seht das nicht. So, jetzt seht ihr das hier im Shop. Hier ist der ganz normale Guiaisa Tee. Ihr seht, 288 Milligramm Koffein ungefähr, 288 Milligramm Koffein hier bei dem Powder. Und der große Unterschied ist eben hier, wenn wir uns das hier bei unseren schönen Bildchen anschauen, dass der Tee ein Blatt Feinschnitt ist und das Pulver eben ein wirkliches Pulver ist. Beide Sorten stammen aus genau denselben Permakulturen. Sie sind 100% Guiaisa von denselben Bauern. Ja, sowieso alles aus 100% Permakulturen. Was mir nicht in die Tüte kommt, sind irgendwie Monokulturen. Es gibt Bauern und es gibt Firmen, die da nicht drauf achten. Ich weiß es aus Erfahrung. Es gibt Bauern, die holzen einfach alles ab und stellen hunderte von Guiaisa Bäumen hin. Es funktioniert. Sie nennen das dann eben auch, keine Ahnung, aus nachhaltigem Anbau oder Bioanbau, weil Bioanbau hat nun mal nichts mit Permakultur zu tun. So, also das ist erstmal so der größte Unterschied. Jetzt ein paar Worte zum Powder. Habt bitte nicht die Vorstellung, dass es sich dabei um eine Art Matcha-Puder oder Instant-Tee handelt, welches sich direkt im Wasser auflöst. Ja, es ist ein sehr feines Teepulver, ähnlich einem Kaffeepulver. Und dort habt ihr ja auch diesen Satz am Boden. So, drittens, warum haben wir das Pulver auf den Markt gebracht? Nun ja, wir haben festgestellt, dass Guiausa sich hervorragend als Espresso, als Cappuccino und als Mocca zubereiten lässt. Dazu war es halt früher immer notwendig, den Tier in den Mixer zu hauen. Und das macht eben extrem viel Arbeit, Staub und ist irgendwie einfach blöde. Es ist halt voll aufwendig. So, und da sind wir dann schon bei der Zubereitung, bei der Anwendung des Pulvers. Es war ursprünglich nicht als Tee gedacht gewesen, sondern wirklich, um es in der Kaffeemaschine, der Mocca, der Espresso und der French Press zuzubereiten. Wer jetzt nicht weiß, was eine Mocca ist, ich zeige das hier auch einmal kurz. Ich muss lernen, hier den Screen zu teilen. Also, das hier ist eine Mocca, eine Espressokanne. Und da habt ihr unten das Wasser, in der Mitte dann das Pulver und das stellt ihr auf den Herd. Und dadurch, dass das Wasser erhitzt wird, entsteht ein extremer Druck. Der geht durch das Pulver und oben habt ihr dann einen extrem intensiven Guiausa. Und der macht sich mega gut mit Hafermilch zum Beispiel. So, und dann French Press ist schon bekannter. So einen Ding kriegt ihr überall bei Amazon, bei, wie heißt das, Ikea auch. Achtet darauf, dass das Sieb fein ist. Also meistens haben die auch schon so eine Art Doppelsieb. Genau, also damit funktioniert es auch nicht ganz so gut, wie mit einem, warum geht das jetzt hier nicht, Kaffeefilter. So, und da sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich unserem eigenen Dripper. Denn dieser Dripper ist ein doppelwandiges Edelstahlsieb, also eigentlich eine Teekanne mit doppelwandigem Edelstahlsieb. Und dieses doppelwandige Edelstahlsieb ermöglicht es eben, dass du dein Pulver, ob nur Kaffeepulver, Guiausa-Tee-Pulver oder unser 50-50-Kaffee-Guiausa-Mix-Pulver zubereitest. Mega genial, es ermöglicht, dass eben kein Pulver in das Wasser kommt. So, natürlich alle Wirkstoffe ist ja klar, aber eben nicht das Pulver, also das, was man raushaben möchte. So, und damit ihr eine Vorstellung darüber bekommt, was alles möglich ist in der Zubereitung, verlinke ich euch unten in der Beschreibung einige Zubereitungsmöglichkeiten. Das ist ein kleiner Hinweis noch zum Schluss. Ihr könnt das Pulver auch zum Beispiel in Smoothies oder Gebäck nutzen. Ja, es mag nicht jedermanns Sache sein, funktioniert aber und lässt die Wirkung von Guiausa durch die Verdauung noch langsamer in den Körper übergehen. Zum Beispiel, wenn du deine eigenen Energy-Riegel für den Sport machst, dann kannst du da einfach Guiausa-Pulver mit reinmachen. Also Leute, ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir deine Fragen gerne an support.drinkguia.com oder hier als Kommentar. Meistens haben viele andere Leute auch dieselbe Frage, garantiere ich dir. Ja, bis dahin, fleißig Guiausa trinken, positiv bleiben. Liebe Grüße, dein Sebastian von Guia. Be failure.